Tagesenergie Mittwoch 6. Oktober Es ist wieder ein Schwenntag, achten Sie darauf. Sie könnten etwas für Ausgleich und Schönheit tun, dies wäre geradezu ideal und alles wirkt bestens. Für Zusammenziehen und Heiraten wäre die heutige Energie ebenfalls bestens. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass es ein Schwenntag ist und das schränkt das Allzugute ein wenig ein, seien Sie also etwas vorsichtig. Neue Kontakte könnten geknüpft werden und zwar geschäftlich wie privat. Auch Treffs außerhalb, auswärts gestalten sich gut. Etwas Vorsicht wäre nur im Bereich Neid und Eifersucht zu sehen. Es wäre gut, diese Gefühle nicht zu schüren, ihn zusammenzuhalten und Sie wollen, dass alle zufrieden sind, denn nur dann sind Sie es auch wirklich selbst. TV 21 Austria Einfach anders